Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist der Red Scorpion und das ist jetzt ein weiteres Infovideo über das Game Montagenturnier. Ich bedanke mich erstmal für die, die sich gemeldet haben. Natürlich könnt ihr euch immer noch anmelden und mir die Videos schicken. Ganz wichtig, die Frist für die Videos. Die sind genau in 5 Tagen und einem Monat, also genau am 20. September. Ab da nehme ich keine Videos mehr an. Ja, die Frist hießt jetzt also für das Qualifikationsvideo. Für den Rest erfahrt ihr, sobald es soweit ist. Des Weiteren bedanke ich mich ganz herzlich an ihrem Teilnehmer. Für den echt geilen Namen, das ist jetzt der Game Montage in Contest. Echt vielen Dank an dich, ich hatte echt lange überlegt und durch deinen Einfall habe ich mich nun dafür entschieden. In den ersten Videos wird es direkt Game Montage in Contest hießen, ansonsten nur GMC, weil sonst einfach der Name zu lang wird für die Videos. Ja, ganz wichtig Leute, bis zum 20. September, ganz wichtig, 20. September diesen Jahres, bis dahin möchte ich sämtliche Qualifikationsvideos haben. Zwei habe ich schon, ich bin echt erstaunt über die beiden Videos und ich bin gespannt, was mich noch alles so erreicht. Ich bin noch gerne veroffen für noch weitere Teilnehmer. Immer her damit und ja, ich freue mich auf das Turnier und sage euch Bescheid, sobald es was Neues gibt über Facebook. Viel Spaß, ciao Leute.